Willkommen zum Cozy Tech Talk. Wie immer beglücken wir euch mit Talks zu den Themengebieten Tech, Culture, UX und vielen mehr. Viel Spaß wünscht euch das Cozy Team. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin der Mohamed Ramadan. Ich bin bei Cozy Cloud Backend Entwickler. Und ich habe euch ein interessantes Thema mitgebracht, das mich jetzt die letzten ein, zwei Jahre immer mal verfolgt hat und interessiert hat. Und zwar die Kubernetes Gateway API. Ich würde euch heute gerne so ein Preview dazu geben, dass ihr euch darunter was vorstellen könnt, wie wir da hinkommen und so ein bisschen auch den gesamten Kontext euch zeigen und veranschaulichen. Genau. Ich würde einfach mal anfangen mit ein paar Fragen, damit ich es auch ein bisschen einordnen kann, wo ich vielleicht ein bisschen was, ein bisschen mehr erzähle oder wo ich ein bisschen weniger erzähle, wo ich dann schneller durchgehen würde. Wer hat schon mit Kubernetes gearbeitet? Okay. Wem sagt Kubernetes Ingress Spezifikation etwas? Okay. Und wer hat schon mal was von der Gateway API gehört? Von der Koalier. Sehr gut. Okay, gut. Ihr hattet nichts von Kubernetes oder damit nichts gemacht, aber ihr kennt das? Auch nicht. Okay. Kubernetes ist im Grunde, also es gibt von der Cloud viele Möglichkeiten, seine kontinuierisierte Anwendung zum Laufen zu bringen. Und Kubernetes ist eigentlich so ein bisschen so ein Ökosystem, das irgendwie alles zusammenbringt und nicht so ein Vendor-Login. Also so ein softens Vendor-Login macht, aber grundsätzlich sehr plattformagnostisch ist. Also man bringt seine kontinuierisierte Anwendung hin und kann eigentlich in so logischen Strukturen beschreiben, also Deployments, Services und auch Ingresses, die wir auch gleich sehen werden, kann man seine Applikation beschreiben, den Zugang zu seiner Applikation beschreiben und noch viele andere Sachen. Also das dann grob zu, zu Kubernetes, dass ihr da nicht ganz abgehängt seid. Genau. Aber in dem, also heute wird es um das Kubernetes-Networking gehen. Also wie komme ich an meine Anwendung, die ich in Kubernetes hoste? Da gibt es bisher die Ingress-Spezifikation. Und als ich mit dem ganzen Thema angefangen habe, habe ich mir halt diese Ingress-Controller angeschaut, versucht zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, weil das nicht unbedingt etwas ist, wo man als Anwendungsentwickler sofort durchschaut. Also das ist eigentlich auch ganz schön bei Kubernetes. Man muss das nicht verstehen. Man muss natürlich verstehen, wie man das verwendet und was das für einen Effekt hat. Man muss nicht verstehen, wie Kubernetes das umsetzt oder bei Managed Kubernetes, wie die Cloud-Umgebung das umsetzt. Das ist absolut nicht notwendig, aber hier geht es in dem Talk drum, dass wir uns mal anschauen, was hinter diesen Spezifikationen ist und wie die sich entwickelt haben. Genau. Dann würde ich direkt mal mit einem Zitat anfangen aus einem Blogpost, den ich ganz interessant fand, als ich mit der Recherche für die Gateway-API angefangen habe. In dem Blogpost geht das, der ist aus dem Red Hat-Blog, und die hatten vorher vor der Ingress-Spezifikation bereits eine Spezifikation entwickelt, die so etwas Ähnliches wie Ingress erlauben konnte, also irgendwie HTTP-Routen definieren, um quasi so Zutrittspunkte zur Anwendung zu beschreiben. Und das Zitat ist dieses, One hallmark promise of Kubernetes has always been to set forth an abstraction layer above the infrastructure provider. To reach a truly hybrid Cloud-Nirvana, you will want productive abstractions. Und das ist auch etwas, was ich glaube, ja, so ein wichtiger Baustein ist für den Erfolg von diesen Spezifikationen, die Kubernetes entwickelt hat. Darunter fällt halt auch Ingress. Das ist schon eine Spezifikation, die sehr weit verbreitet und sehr erfolgreich auch umgesetzt worden ist. Und das ist halt, weil man eben nicht so ins Detail, oft nicht ins Detail gehen muss und stattdessen ganz strukturiert seine Routen definieren kann. Genau. Und dann habe ich hier nochmal stichpunktartig so ein paar Argumente, warum die Ingress-Spezifikation ganz gut ist und auch diesen Erfolg eigentlich gehabt hat mit dem Release. Und das eine ist halt, die Ingress-Spezifikation wurde extrem schnell adoptiert. Ich habe das gerade erzählt, die Red Hat-Leute hatten für OpenShift, meine ich, bereits irgendwas gebaut, was so etwas Ähnliches macht. Ich glaube, das hieß irgendwie Route-Spec oder so was, aus dem dann große Teile auch übernommen worden sind für die Ingress-Spezifikation. Der zweite Punkt ist eine sehr dünne API. Also es ist nicht so viel, was da unterstützt wird beziehungsweise was man da definieren muss, um funktionierenden Ingress zu beschreiben. Und das dritte ist diese portable Spezifikation. Also ich kann meine Spezifikation nehmen, die läuft mit dem NGINX, also einem dieser Ingress-Controller, die diese Ingress-Regeln übersetzen in Routing-Regeln, die intern verstanden werden. Die kann ich nehmen und dann auch in einem Traffic zum Laufen kriegen oder in einem Kontur. Das heißt, diese relativ simple Ingress-Spezifikation wird von vielen Ingress-Controllern unterstützt. Und das letzte ist, wir kriegen auch direkt TLS-Support mitgeliefert. Das wird halt für HTTPS relevant und erlaubt es dann, den Datenverkehr auch zu verschlüsseln. Dann würde ich weitermachen mit so einem Beispiel, wie das aussehen kann. Ne, mit Ingress-Controller. Ich habe gerade schon ein paar genannt. Also Ingress-Controller sind die, die die Ingress-Regeln nehmen. Das ist ein bisschen entkoppelt, der Ansatz. Also auf der einen Seite definiere ich die Spezifikation und auf der anderen Seite habe ich die Ingress-Controller, die lesen diese Spezifikation und bauen sie so oder tun die in ihr eigenes System quasi in diese Regeln umwandeln, die ihr Ingress-Controller oder diese Reverse-Proxy eigentlich versteht. Da gibt es jede Menge. Drei davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Traffic, Nginx und der Kontur. Und das Letzte, ich hatte es anfangs gesagt, ich habe das auch mal versucht, selber zu bauen. Also das ist kein Ingress, den sollte man auf keinen Fall verwenden, aber der kann Traffic-Reverse-Proxyen und der kann auch die Ingress-Spezifikation einlesen, sodass dann auch das an diese Services weitergeleitet wird. Und ich fand das ganz interessant, weil das hat mir auch vieles gezeigt, wie Kubernetes intern funktioniert, zumindest für diesen Ingress-Teil. Genau, also wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das angucken. So, jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ein Beispiel, wie so eine Ingress-Regel aussieht. Wir haben hier oben die obligatorischen Felder für Kubernetes. Also wir sehen hier eine Kubernetes-Ressource und hier definieren wir den Typen. Das ist eine Ingress-Spezifikation. Und diese Metadaten, das sind im Grunde Felder, die man spezifisch für eine Ressource setzt. Ich habe hier Annotations, also hier wird ein Nginx-Controller verwendet im Hintergrund und ich habe den so konfiguriert, beziehungsweise in dem Beispiel wird er so konfiguriert, dass er aus diesem Basic-Or-Secret den Endpunkt mit Basic-Authentication sichert. Und hier unten, das ist eigentlich selbst, also es ist sprechend, wir wollen hier für diesen Host einen Path definieren, der an dieses Backend weitergeleitet wird. Eigentlich ganz easy und nichts Wildes. Merkt euch mal das Beispiel, ich würde das gerne, also hier diese Annotation-Konfiguration, würde ich gerne mit den Custom-Resource-Definitions vergleichen. Das ist einfach eine andere Möglichkeit, den Ingress zu konfigurieren. Genau, also ihr seht das hier mit den Annotations, so können wir unseren Ingress konfigurieren. Es gibt nicht, beziehungsweise diesen Nginx, das ist nur bei Nginx möglich, so konfigurierbar. Was ist das Problem an dem Ganzen? Es gibt sehr viele Annotations, Annotations und das sind noch nicht mal alle. Das heißt, es wird sehr viel konfiguriert und das nimmt so ein bisschen die Lesbarkeit, dieses Strukturierte aus Kubernetes raus, wenn wir jetzt so viel in diesen Annotations da reinpacken. Ein paar wird es immer geben, das ist gar kein Problem, das ist auch ganz, ganz angenehm. Wir werden gleich bei dem CRD-Beispiel sehen, dass das dann ein bisschen mehr Aufwand ist, das Ganze zu definieren. Hier waren das zum Beispiel einfach nur drei Zeilen, die wir dafür gebraucht haben. Genau. Das Ganze mit CRDs sieht so aus, hier habe ich Traffic benutzt. Das ist, ja, also wir müssen weitere Struktur definieren, die in unserer Ingress-Route verwendet wird, als Middleware, aber im Grunde erzielt es das Gleiche. Wir haben hier unser Secret, beziehungsweise unser Kubernetes-Secret, das ausgelesen wird für diese Basic Authentication und haben damit schon eigentlich viel, meiner Meinung nach, das ist immer eine Geschmacksfrage, meiner Meinung nach, das ist schon viel angenehmer und Kubernetes-nativer, sage ich mal, gelöst. Was ist das Problem da dran? Ich habe mal die Custom Resource Definitions, also vielleicht nochmal kurz angeschnitten, Custom Resource Definitions erweitern diese typischen oder diese Standard-Ressourcen, die Typen in Kubernetes um eigene. Da kann man so viele deklarieren und definieren, wie man will. Das ist eigentlich auch eine sehr mächtige Funktionalität von Kubernetes, dass einen das Ganze auch erweitern lässt von dem Kubernetes-Standard. Hier habe ich mal die CRDs für Traffic mir rausgesucht, also ich habe Traffic installiert und die einfach rauskopiert. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, was ist das Problem da dran? Beziehungsweise was ist so ein bisschen, was ist nicht so schön an der ganzen Sache? Es gibt halt von jedem Ingress-Controller eigene CRDs. Das ist an sich auch nicht schlimm, es gibt keinen Speicherplatz, der dadurch groß verlangen geht, aber man hat halt, man muss sich halt immer wieder da einarbeiten. Und wenn wir uns ein paar Folien zurückdenken, das ein Vorteil von dieser Ingress-Spezifikation halt war, dass sie so einfach ist und so simpel zu portieren ist. Und das geht hier zum Beispiel nicht direkt. Also da hat man zum Beispiel, da schießt man sich schon ein mit einem Ingress-Controller, wenn man dessen Funktionalitäten benutzen möchte. Genau. Na, da. Hier nochmal eine Folie, die das ein bisschen zusammenfasst. Was sind die Limits von der Ingress-Spezifikation? Das Ganze ist natürlich auch aus der Notwendigkeit entstanden. Ein Ingress muss halt ein bisschen mehr machen, als einfach nur irgendwelche Pfade zu irgendwelchen Services weiterleiten. Das heißt, die Anforderungen der Entwickler, der Administratoren, die hat halt nicht mitgehalten, also die Ingress-Spezifikation hat da nicht mithalten können. Und daraus sind halt diese Decorator-Annotations oder diese CADs entstanden. Und das Limit ist da in dem Fall einfach diese sehr einfachen, sehr simplen Mappings und Rules. Und ein weiterer Nachteil davon ist, oder von der Ingress-Spezifikation ist, dass es halt rein HTTP-spezifisch ist. Also das heißt, man kann damit nicht irgendwie andere Protokolle managen. Genau. Und ich habe euch ja erzählt, also es gibt jetzt, beziehungsweise, was können wir besser machen, was würden wir von einer Evolution quasi von der Ingress-Spezifikation haben wollen, wenn wir uns das wünschen könnten. Wir wollen das natürlich möglichst schmal, möglichst klein, möglichst portable haben, weil das auch irgendwie an der Ingress-Spezifikation das Ganze sehr toll gemacht hat zu benutzen. Das Zweite ist, wir wollen natürlich nicht irgendwie eine Spezifikation benutzen, die nur bei einem funktioniert oder nur ein paar wenigen, sondern es sollte schon irgendwie großen Support dafür geben. Und dann halt auch, der Internetverkehr besteht nicht nur aus HTTP, dass wir vielleicht da auch mehr Protokolle unterstützen und zuletzt, Service-Meshers werden immer wichtiger für Zero-Trust-Networks oder vielen anderen Anwendungsfängen, wo man einfach den Traffic besser managen möchte, innerhalb des Clusters oder auch sowas wie Firewalls benutzen möchte. Und das wäre natürlich schön, wenn das irgendwie auch mitgeliefert wird oder zumindest diese zwei Welten irgendwie zusammenbringen kann. Und jetzt haben wir damit angefangen. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu erreichen. Da gibt es auch bei den Service-Meshers schon ein paar Sachen, wo sich quasi auseinanderentwickelt haben. Und ich komme jetzt und fange an, irgendwie von der Gateway-API zu sprechen. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass ich das KCD hier zeigen muss, dass ihr bestimmt auch alle kennt. Da geht es einfach nur darum, jetzt kommt ein Standard, der quasi, ein zusätzlicher Standard, der quasi alles besser machen soll. Genau. Kommen wir zu Gateway-API. Die Gateway-API macht eigentlich genau das, also es versucht, an den Erfolg von Ingress anzuknüpfen und dabei die Limits ein bisschen aufzuweichen. Es gibt ein paar interessante Konzepte und Ansätze, die sie da verfolgt haben. Werde ich euch auch gleich zeigen. Und das Ganze ist inzwischen schon im, also ein Teil davon ist schon im Beta-Status. Das heißt, das lässt sich schon teilweise verwenden, auch wenn das jetzt nicht alles stabil ist. Aber das zeige ich auch nochmal gleich, wie das die Gateway-API gelöst hat. Wer ist hinter der Gateway-API? Also es ist jetzt nicht irgendwie was Kleines, was sich so ein paar Leute überlegt haben, sondern da sind namhafte Größen dahinter. Also es wird von dieser Network-Special-Interest-Group verwaltet und gemanagt. Und da sind halt, also letztes Jahr, als ich den Vortrag erstellt und gehalten habe, da waren es noch Tajira, die hinter Calico stecken. Und ich glaube, das war noch Amazon oder so. Ich weiß es nicht genau. Also die Cloud-Umgebung oder die Unternehmen hinter diesen großen Cloud-Umgebungen, die stecken da auf jeden Fall drin. Und hier sehen wir die aktuellen Chairman, also von Microsoft, Kong, falls ihr euch erinnert, der Ingress-Controller, den ich eben gezeigt habe, und Google. Genau. Was sind die Ansätze von Gateway API? Die haben rollenzentriertes Design ins Spiel gebracht. Und das zeige ich euch gleich, was das bedeutet. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, irgendwie in eine Spezifikation für Ingresses sowas reinzubringen, aber das wird auf jeden Fall Sinn machen. Flexible Conformance, das ist tatsächlich eins der Begriffe, wo ich mir am Anfang dachte, so, okay, klingt sehr kryptisch, bestimmt unwichtig. Aber ich fand das, als ich mit der Gateway API gearbeitet habe, sehr, sehr angenehm, wie die Gateway-Entwickler, die Gateway-API-Entwickler das eingesetzt haben. Zeige ich euch auf jeden Fall. Dann, die letzten zwei dürften klar sein. Extensible, also das sollte erweiterbar sein. Und Portable, also ich kann mit meinen Gateway-Spezifikationen zu vielen Gateway-Controllern gehen und es funktioniert einfach. Hier sehen wir ein Beispiel für dieses Role-Oriented Design. Also das Ganze ist auch ein bisschen aus der Idee gewachsen, dass man Service-Owner hat, die nicht unbedingt die Domain managen wollen. Also nur, weil ich jetzt in dem Store-Service bin, möchte ich nicht unbedingt die Zertifikate und die, keine Ahnung, DNS-Challenges und alles Mögliche von meiner Domain managen. Das ist ganz schön bei Gateway gelöst. Da kann man quasi in dem Gateway seine Hosts definieren, seine Zertifikate managen und kann quasi dann an, ja, Routen, also HTTP, TLS oder UDP-Routen, da gibt es mehrere möglichen, mehrere Optionen, die kann man dann einfach runterdelegieren. Beziehungsweise das kann der Store-Owner einfach selber entscheiden. Der kann nämlich seine Routen, also diese HTTP-Routen in dem Fall, einfach an diesen Gateway hängen. Das Ganze lässt sich auch regeln, also dass man, dass nicht jeder da dran kann. Man braucht da bestimmte Permissions. Das werde ich dann in der Demo zeigen, wie man das hinkriegt. Aber grundsätzlich können wir jetzt Service-Owner definieren, die die Subrouten unter diesem Gateway definieren dürfen. Und das ist auch die Idee hinter diesem Role-Oriented Design. Genau. Ein Beispiel, das ich aus der Google-Cloud-Dokumentation gefunden habe, das fand ich auch sehr spannend, wo man quasi auch ein bisschen globaler denken kann. Und hier zum Beispiel zwei Cluster an einem Gateway hängt. Und quasi da auch wieder die Verantwortung über diese Regionen an Teams delegiert. Genau. Und unten sehen wir halt, dass wir auch mehr Rollen als nur diese Service-Owner haben können. Also hier in dem Fall irgendwelche Admins, die den Gateway managen und der Infrastructure-Provider Google, Azure, AWS, wie auch immer, die dann für einen diese Gateway-spezifischen Fragen schon klären. Also benutze ich da keine Ahnung Envoy oder was auch immer. Darum will man sich ja eigentlich auch nicht kümmern. So, und dann kommen wir zur Flexible Conformance, dieser kryptische Begriff. Die Sache ist, mit all den Anforderungen, die ich genannt habe, wird es ein bisschen schwer, das unter einen Hut zu kriegen. Also keine Ahnung, wir wollen die portable haben, wir wollen die erweiterbar haben, wir wollen die möglichst robust, das beißt sich halt irgendwo, so kann eine Spezifikation halt nicht aufgebaut sein. Das haben die ein bisschen, das haben die Menschen hinter der Gateway-API auch erkannt oder zumindest eingebaut in die Spezifikation, sodass das reflektiert wird, wenn man die Spezifikation benutzt. Und das Ganze, da habe ich gleich auch ein Beispiel für, funktioniert so, dass sie quasi für einen Teil der Spezifikation eine Stableness garantieren und für einen anderen Teil, den die quasi noch ausarbeiten, da wird erkenntlich gemacht, dass das noch nicht so ganz stabil ist. Und außerdem gibt es auch, gab es öfter die Anforderung, dass ein Controller das gerne anders handhaben möchte, beziehungsweise das spezifische Verhalten dann immer von dem Gateway-Controller abhängt. Und das wird auch angezeigt, da muss man, das Ganze funktioniert dann so, dass man nicht mehr die Gateway-Spezifikation nehmen kann, sondern dann die Gateway-Controller-Dokumentation sich anschauen muss. Genau. Und das Letzte, das kennt man, das kennt ihr vielleicht auch aus den Ingresses, da gibt es auch einen Ingress-Conformance-Test, der quasi überprüft, wird die Spezifikation erfüllt, das Ganze wird es auch für Gateway-API geben, beziehungsweise gibt es schon. Hier sehen wir so ein Beispiel für die, also hier habe ich das einfach ausgeschnitten, drei Felder, in denen man die drei Level, diese Conformance-Level sieht, da sieht man Core hier oben, Extended und Implementation-Specific und Core bedeutet einfach nur, dass das von dem Gateway-Controller implementiert werden muss und dass das Verhalten auch mit der Gateway-Spezifikation übereinstimmen muss. Das ist zum Beispiel hier Gateway-Class, Gateway und Reference-Grant. Extended bedeutet, dass das nicht implementiert werden muss, aber dass die Gateway-Spezifikation erfüllt werden muss. Und Implementation-Specific, wie gesagt, da muss man in die Dokumentation des Gateway-Controllers schauen. Ihr könnt übrigens jederzeit Fragen stellen. Habe ich ein bisschen spät gesagt, aber das ist kein Problem. Was bringt mir denn ein Gateway-Controller, also ich gehe hin, implementiere einen Controller und das Core-Requirement ist, dass ich irgendwie Gateway-Klassen zu verflüben habe, aber an sich ein Controller ohne diese Extended-Sachen macht eigentlich das noch so nach? Ja. Aber es ist ja so, es gibt noch die GRPC-Route, das ist zum Beispiel etwas, was nicht unbedingt von jedem gleichzeitig verwendet wird. Also die Increase-Controller, die man jetzt hat, die werden ja nicht HTTP und GRPC anbieten müssen und können und deswegen schließt sich vielleicht dadurch was schon aus und deswegen wird das optional, vermute ich mal, muss es optional sein. Genau. Nächste Wolle. Das Ganze kann auch ein bisschen Verwirrung stiften. Das ist mir aufgefallen, als ich das für die Demo mal benutzt habe. man hat zwar unter Umständen den gleichen Key und den gleichen Typen, sorry, dass das so dunkel ist, das soll HTTP-Route-Filter heißen und das sind im Grunde hier, ich weiß nicht, ob ich das geheiligt habe, das sind im Grunde die gleichen Typen, das ist auch die gleiche Spezifikation, die man dahinter sieht für diese Filter, aber der Support kann sich halt ändern, wie man hier sieht. Das hängt halt, das liegt halt daran, dass das Ganze hier bei HTTP-Route-Route-Route-Core-Funktionalität ist, also ich kann hier Filter anwenden in meiner Route, in denen ich sage, keine Ahnung, nur wenn das und das zutrifft, dann leitest du es an dieses Backend weiter und wenn ich den Filter unten im Backend definiere, dann ist das, hängt das von der Implementierung ab. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, aufmerksam sein, dass man da nicht irgendwie den falschen Support erwartet. Also das ist eine ganze, das habe ich auch erst, deswegen meine ich, diese Flexible Conformance ist mir erst später aufgefallen, wie wichtig das eigentlich ist, als ich es nämlich benutzt habe, weil ich nicht verstanden habe, warum das nicht geht und dann ist mir das halt aufgefallen, dass das mit meinem Gateway Controller einfach nicht geht. Genau, eine Wishlist oder ein Punkt von der Wishlist war der Support von Service Meshes und das wird tatsächlich auch mitgeliefert oder wird angeboten. Ich wollte das gar nicht, also das ist gar nicht so ein großes Thema in dem Vortrag, ich wollte es einfach nur erwähnen, dass ihr das gehört habt. Das Ganze ist einfach so, dass wir, das ist eigentlich ganz schick, weil wir als Cluster Operator sagen können, global definieren können, welche Policies erfüllt werden müssen und die können dann unten auch nicht mehr überschrieben werden. das funktioniert mit den Default-Werten anders, denn die haben die höchste Priorität von unten nach oben, aber die Policies, die überschreiben quasi alles, was drunter ist. Wenn ich zum Beispiel sagen will, es gibt einfach keinen Non-TLS-Verkehr oder keinen Unverschlüsselnverkehr, dann kann ich das auf dem Gateway sagen und es wird überall enforced. Wenn ich aber als Service-Owner sage, keine Ahnung, der Default-Wert für die Time-Out-Policy soll 30 statt der globalen 60 sein, dann kann ich das, dann überschreibt es das quasi. Also die Priorität ist dann einfach umgekehrt. Genau. Und da wollte ich auch nochmal ein Zitat euch zeigen von den Entwicklern hinter Linkerd. Die haben nämlich, die sind tatsächlich echt aktiv, die sind auch sehr schnell mit den Kommentaren und den Blogposts zu Gateway-API-Änderungen und das ist eigentlich auch immer meine, immer wenn ich irgendwas lese, es hat sich was an der Gateway-API geändert, schaue ich auf den Linkerd-Blog und die haben dann schon was. Und die schreiben auch eine echt gute Bewertung, sehr faire Bewertung und hier ist zum Beispiel eine, wo sie sagen, the Gateway-API is pretty well designed. The majority of the Gateway-API is a set of CRDs that describe how classes of traffic are routed, transformed and delivered to services on the cluster. Und dann noch exactly like your service mesh does. Also scheinen die irgendwie schon einen Punkt getroffen zu haben, in dem die Service-Meshes davon profitieren können. Genau. Jetzt habe ich für euch die Live-Demo. Habt ihr Fragen bis hierhin? Gut. Da bin ich eigentlich, Moment, ich muss das erwähnen. Da bin ich eigentlich recht flexibel. Da kann ich, ich habe mehrere Sachen dabei. Ich weiß nicht, ob ich alles, also ich glaube, es macht nicht Sinn, alles zu zeigen. Ich würde euch nur ein paar Sachen zeigen. Das könnt ihr übrigens auch über GitLab euch anschauen oder runterladen. Wollt ihr das Ingress-Beispiel sehen? Hat jemand da Interesse? Ja, okay. Genau. Das ist die einzige Demo, die ich zu dem Ingress habe. Ich kann ja das parallel noch installieren. Achso, das Ganze läuft mit Kind. Da habe ich einfach nur die Ports rausgegeben hier. Also die Port 80, Port 443, damit es sich an mein Host-Netzwerk bindet. Damit kann ich es direkt aufrufen. Das ist ein bisschen anders bei Gateway leider. Aber hier erstmal die Applikation. Wir haben hier ganz normalen HTTP-Echo, der mir Foo zurückgibt, wenn ich den aufrufe und das Ganze über den Service gekapselt. Und hier meine Ingress-Spezifikation. Das muss man meistens nicht machen. Ingress-Class definieren. Hier muss ich das machen. Genau. Und was wir hier machen ist, wir definieren Ingress, bei dem TLS verwendet wird. Das erstelle ich, glaube ich, im Setup. Da schaue ich gleich nochmal. Als Host benutzen wir Localhost. Und wir reverse-proxying zu Foo-Service, wenn wir den Pfad Foo aufrufen. So. Das machen wir. Ja gut, first demo. Hier installiere ich, also ich habe hier Kontur installiert, dann die Secrets, die müssen, die werden einfach, die sind safe sein, das ist nichts Besonderes. Und hier werden einfach nur die Sachen applied, also diese Spezifikationen, die wir hier sehen. und eigentlich sollte ich da drauf zugreifen können. Curl kann man, ja, ich habe es hier schon im Befehl. Ich muss einfach den Host manuell setzen und, habe ich hier einen Host eigentlich nicht benutzt? Ne, habe ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche nur das da. Genau. Und ich kriege Foo zurück. Also das Ganze hat geklappt. Mein Ingress funktioniert und gibt mir quasi, reicht meine Anfrage an den Service hier weiter, also den hier, und gibt mir auch die Antwort wieder zurück. Genau. Das ist jetzt quasi Ingress Ingress und das Ganze können wir jetzt mit dem Gateway auch machen. Da installiere ich, also die bieten Helmchart an und darüber installiere ich das Ganze. Der Gateway Controller, den ich verwende, benutzt Envoy. Das ist einfach nun, also das Projekt, das ich da verwende, wandelt meine Gateway-Spezifikationen in Konfiguration zu Envoy um. und genau, die unterstützen eigentlich schon einen Großteil der Gateway-Spezifikationen. So, Gateway ist installiert. Ich habe diese Make-File-Targets, damit es ein bisschen schneller geht. Genau. Und ich würde dann die erste Demo zeigen, damit man quasi parallel sieht, wie das Ganze mit Gateway gebaut wird, statt Ingress. und hier müssen wir dann einen Tunnel benutzen, weil die Entwickler dahinter das Ganze über den Load-Balancer exposen und nicht wie Kontur an meinen Host-Mountain. Also, genau. So, Tunnel ist offen, das heißt, ich kann parallel hier zugreifen. und ich zeige euch das vielleicht erst mal, wie das konfiguriert wird. Hier haben wir wieder die App, das nichts Besonderes, das ist genau die gleiche, wie wir eben schon gesehen haben. Und das ist ein bisschen anders. Hier haben wir die Gateway-Class, analog zur Ingress-Class. Die gibt es immer noch, also man muss einfach nur sagen, hey, wenn du diesen Gateway-Key benutzt, dann benutzt du den Controller. Und man kann halt mehrere Gateway-Klasses und mehrere Ingress-Klasses parallel haben. So kann man halt, so kann man in der Spezifikation entscheiden, welchen man in dem Fall haben möchte. Hier definieren wir ganz oben ein Gateway. Ihr könnt eigentlich nur das, also nur das da jetzt beachten, das untere erkläre ich gleich. Hier sagen wir, wir würden gerne einen HTTP-Listener haben auf dem Port 8080. Und das war es eigentlich schon. Also hier benutzen wir die Gateway-Klasse und unten, das war das, wo ich gemeint habe, wir können ein bisschen kontrollieren, welche Service-Owner sich an unseren Gateway hängen und zwar über so eine, also das wäre eine Möglichkeit, wo wir sagen, hey, der Namespace, aus dem die Routen kommen, der muss diese Labels haben. Und jetzt könnten wir natürlich als Admin sagen, okay, man darf seine Namespaces als Service-Owner nicht bearbeiten, damit hätte man eigentlich schon das verhindert, weil die, solange dieses Label nicht dran ist, kommt auch keine Route dran. Genau. Und hier definieren wir auch direkt eine HTTP-Route und hängen uns an dieses Simple-Gateway, das ich hier oben definiert habe. Genau. Und hier haben wir dann unsere Routen, die wir definieren oder unsere Regeln in dem Fall und leiten das Ganze an unseren Fuß-Service weiter. Das ist auch wieder Kubernetes-typisch, eigentlich selbsterklärend und strukturiert. So, jetzt teste ich das mal. Also wir haben hier einen Host-Namen, das heißt, ich muss den auch hier angeben, weil, also ich muss den manuell setzen, weil, ja, hätte ich auch machen können, das war 80-80. Genau. Also wir kriegen das, was auch ein Ingress uns angeboten hat, ein bisschen komplizierter, aber dafür bietet das Ganze auch mehr an. Genau. Ich habe jetzt noch hier so ein Beispiel, role-oriented, wie das sein könnte, das zeige ich euch vielleicht nur. Das ist auch nur eine Erweiterung zu den, der hängt sich auch nur an dieses Simple Gateway dran. Hier habe ich einfach eigene Namespaces erzeugt für die Services und genau, ich kann mich als Service Owner oder als Team in dem Namespace einfach an dieses Gateway hängen, habe überhaupt, ich sehe gar nicht den Gateway unter Umständen und kann den trotzdem verwenden. Ich muss halt nur sagen, wo er steht und dann kann ich meine Listener dranhängen und meine eigenen Regeln definieren. Genau. Hier muss ich noch einen Hostnamen angeben, da muss man als kleiner Hinweis, wenn man hier zum Beispiel TLS hätte, müsste das im SNI von dem Gateway drin sein, sonst wird die Route nicht angewendet. also ich muss dafür natürlich auch die Zertifikate haben, dass ich oder das richtige Zertifikat mit den richtigen SNIs, dass ich hier auch einen verschlüsselten Verkehr hinbekomme. Genau, hier haben wir den Port und den Service, so wie wir es auch bisher gesehen haben, also unten eigentlich uninteressant, oben unsere Route, dann das zweite Team aus dem Shop, mit dem Shop-Service, wo wir hier quasi nochmal andere Regeln haben und auch den so ausschmücken können, wie wir ihn brauchen. Das heißt, also würde ich das jetzt, würde ich die Demo jetzt machen, könnte ich mit Shop und mit Blog als Hostname zwei verschiedene Services ansprechen unter dem gleichen Gateway. Wir können auch Filter ausführen, ich fand das am Anfang ein bisschen ungewohnt, dass hinter Filtern Aktionen sind, aber so ist es nochmal, vielleicht seht ihr das anders, aber hier zum Beispiel können wir eine Umleitung einrichten, das heißt, wenn ich hier diesen Hostnamen aufrufe unter dem Gateway, kann ich den User weiterleiten, also wenn ich hier Foo aufrufe, wird das hier aufgerufen und das ist einfach nur eine Weitleitung zu Bar, der mich dann zu dem Service letztendlich führt. Genau. Und hier wieder ganz normal unser Service, den ich da benutze. Also Frage noch, wie sind das jetzt mehr so, das könnte man anbieten können? Ja, du könntest theoretisch auch ein Hader hinzufügen noch, also da könntest du theoretisch, also ob das Sinn macht, keine Ahnung, aber du kannst halt den Request, auch die Response so anpassen und verändern, wie du es gerade brauchst. Genau. Aber frag mich jetzt nicht, wie die, wie das Ordering ist und was zuerst kommt, ich glaube, es ist sequentiell. Genau, ich habe es gerade gesagt, Request, das Ganze gibt es auch für Response, aber ich glaube nicht von jedem, ah nee, das war bei Headern, gibt es für Request und Response, bei Redirect weiß ich gar nicht. Macht wahrscheinlich auch keinen Unterschied. Genau, ich habe es gerade gesagt, wir können auch Header hinzufügen. Also ich gehe das jetzt im Schnelldurchgang durch, weil eigentlich ist es immer das Gleiche, da wollte ich halt einfach nur zeigen, was alles möglich ist mit der Gateway Spezifikation und im Endeffekt würde das auch nicht so viel vom Ergebnis ändern. In dem Fall hier zum Beispiel kann ich mit diesem Filter einen Header hinzufügen. Ich könnte den aber auch ändern. Also da gibt es viele Möglichkeiten, da muss man halt die Gateway Dokumentation sich ansehen, was alles möglich ist. Und so kann man eigentlich das Ganze, diese Sachen kann man von der Applikation in die Infrastruktur heben, sodass man das in Kubernetes beschreibt und nicht mehr in der Anwendung rum fischen muss. Genau, ich habe jetzt so schnell gemacht, damit wir zu einem TLS teilkommen, weil der ist noch ein bisschen interessanter. Dazu muss ich aber das ganze Recreate, also meinen Cluster neu aufsetzen. Genau, Tonnel hat sich geschlossen und hier haben wir eine etwas andere Konfiguration gegenüber dem, also in dem HTTP Gateway hatten wir zum Beispiel jetzt nur den Teil und unten dann nochmal diese für die ABAC, also für den Access Check dann nochmal diesen Selector drin, den habe ich hier nicht reingemacht, sondern nur die TLS Konfiguration. Da kann man zum Beispiel auch ganz schick definieren, möchte man hier terminieren am Gateway oder möchte man das weiterreichen. Das ist das nächste Beispiel mit dem Pass Through. Ich habe es gesagt, das Ganze kommt ja auch so ein bisschen aus der Philosophie, dass man möglichst wenig vertraut, selbst im Cluster irgendwie auch viele Attack Vectors abdeckt und so was. Da ist halt eins dieser Dinge auch so was wie wem gebe ich eigentlich mein Zertifikat, mit dem der ganze Datenverkehr entschlüsselt werden kann und das Ganze könnte man ja auch so bauen wollen, dass das Zertifikat irgendwie vom Zugriffsvektor viel kleiner ist. Also dass man erst in den Services terminiert, also das TLS terminiert. Genau, aber hier terminieren wir es am Gateway und wir können auch direkt das Zertifikat hier angeben, das ist eigentlich jetzt nicht keine große Veränderung zu der Ingrid Spezifikation. Ich setze jetzt nochmal den Gateway Controller auf und ich hoffe, ich habe ein Makefile Target für die TLS Demo, aber ich glaube schon. Es spart mir ein bisschen Tipperei. Jawohl. Das hat geklappt. Ich kann euch übrigens auch nur dieses Kubernetes Plugin für IntelliJ empfehlen. Also jetzt fürs lokale entwickeln ist es super entspannt, man kann hier was ändern. Keine Ahnung, das hier zum Beispiel und das direkt Applion ist ganz angenehm. Dann müssen wir wieder einen Tunnel aufmachen zu unserem Service. Das ist das hier und das ist im richtigen Namespace. Also das müsst müsst ihr auf jeden Fall nicht verstehen, das habe ich mir einfach nur gebaut. Das ist ja dann in der Praxis eh irrelevant. Jetzt wird der Curl-Befehl echt ein bisschen unangenehm. Da ist es jetzt... Alles gut. Das war, weil ich den Cluster neu gestartet habe. Genau. Ich zeige euch erstmal, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier wieder den Host-Namen und ganz... Also so wie wir es auch kennen, wieder unsere Regeln und unser HTTP-Echo, das wir hier... zu dem wir reverse proxyen. Genau. Hier auch wieder der Hinweis, wir müssen dafür sorgen, dass die Host-Namen in unseren Routen mit der Domain in dem Zertifikat und den SNIs übereinstimmt oder enthalten ist. Hier unten den Curly-Command müsst ihr nicht verstehen, aber das liegt einfach daran, dieses Resolve brauchen wir, weil in diesem TLS-Handshake halt auch das... Also das Zertifikat ist für example.com ausgestellt, aber der schnallt es nicht ganz, dass wir auf Localhost... Ja, wobei, hier habe ich das mit example.com. Also es ist ein bisschen tricky gewesen, Curl zu verklickern, dass wir auf Localhost zugreifen wollen und hier können wir einfach implizit den DNS-Eintrag erstellen, sodass er dieses example.com zu Localhost auflöst. Und das Ganze funktioniert. Wir haben hier wieder unsere Antwort von dem HTTP-Echo. So, bis dahin Fragen. Dann die letzte Demo für heute und das ist dieses Past zum Beispiel. Das ist ein bisschen komplizierter im Aufbau. Was ich euch auch noch nicht erzählt habe, ist dieser Reference Grant. Damit dürfen wir quasi Ressourcen aus unserem, also wenn wir diesen Reference Grant erstellen, dürfen wir sagen, welcher Namespace und welche Ressource auf welche Ressourcen zugreifen darf. Das ist halt wichtig, dass wir um unserem Namespace zum Beispiel zu erlauben, auf Secret zuzugreifen, wie hier in dem Fall. Genau. Was haben wir hier? Wir haben wieder unser Service und unser Deployment. Unser Deployment ist diesmal einfach nur ein Azure Server, der uns unseren Request ausspuckt, weil wir jetzt nicht reinschauen können in den Verkehr. Also das Paththrough erlaubt das, dass der Pod letztendlich den verschlüsselten Verkehr sieht. Hier mounten wir dieses Secret in den Pod, sonst könnte er das nicht entschlüsseln. Was aber heißt, dass unser Gateway eigentlich gar keine Ahnung hat, beziehungsweise nur auf Layer 4 versteht, was vorgeht. Das braucht er auch, um das Ganze reverse proxying zu können. So, dann müssen wir den Namespace erstellen und das Ganze anwenden. Das brauchen wir auch. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Und dann muss unser Tunnel, ich war ein bisschen faul und habe die auf den gleichen Ports gelegt, unser Tunnel muss jetzt in den anderen Namespace zeigen. Ich weiß nicht, ob der live ist, also ob der schon gestartet ist. Ja. Genau. Und jetzt spuckt der Pod einfach aus, was er gerade empfangen hat. Und da sieht man, dass das Ganze entschlüsselt werden konnte. Also es hat geklappt mit dem Pass-Through, sodass die Anfrage bei dem Pod verschlüsselt ankam, der den entschlüsseln konnte und die Antwort dann quasi diese ganze ganze Anfrage samt Antwort enthalten hat. Und das, wie gesagt, einfach hier nur durch das Umstellen des Modes, sorry, hier unten, dadurch war es möglich, in dem Gateway zu sagen, dass er das nicht terminieren soll. Das geht übrigens auch mit Ingress Controller, die können auch TLS Path-Through, aber das ist dann ein bisschen schwieriger zu konfigurieren, beziehungsweise einfach anders und nicht standardgemäß von der Ingress Spezifikation supportet. Genau. Habt ihr dazu noch Fragen? Ja? Ich kenne mich jetzt mit KUV, das sind 200 tatsächlich, aber kannst du, kannst du bitte jetzt, du hast gesagt, man kann den Teamstand Berechtigungen geben, Sachen dran zu hängen. Du kannst irgendwelche Sachen definieren, die rechte Vergabe in dem Test, ein Team sich mit beliebigen Routen an den Gateway dranhängen kann, oder mit bestimmten Routen nur, oder? Ne, du kannst sagen, aus welchen, also das, was ich hier beschränkt habe, ist nur, dass nicht random alle Namespaces sich an den Gateway hängen können. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in einem Team sagst, oder wenn du generell die Rechte für die Namespaces beschränkst, dann kannst du ja auch sagen, welche Namespaces sich dranhängen dürfen, ohne dass sich User selber Rechte geben und den Namespace erweitern, um diese Annotations. Das war die Idee. Genau. Ansonsten kam, wenn du das nicht drin hast, könnte sich jeder an den Gateway hängen, wenn er weiß, wo er steckt. Okay. Du kannst jetzt nicht sagen, dieser Namespace darf den oder dieses Path Pattern irgendwie haben und dieser Namespace dieses Path Pattern oder wie? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst die Route natürlich auch komplett rausnehmen aus dem Service, aber das ist halt nicht, also das wird dir ja keinen Vorteil bringen, weil dann könntest du auch einfach die Ingrid-Spezifikation verwalten. Die Idee ist ja, dass du etwas delegierst, aber quasi den Angriffsvektor. Ne, theoretisch könnte das Team auch hier sagen, wir wollen für Shop auch eine Route anlegen oder wir wollen auch für Shop .example.com matchen. Genau, also die Regeln werden ja letztendlich auch nur gemerged. Also du hast ja in dem Gateway Controller wieder nur einen Reverse Proxy, die ganzen Regeln matchen muss und matchen muss. Und wie die das dann handhaben, wahrscheinlich würden die einen Fehler werfen. Genau. Also bei Ingresses ist es so, wenn du zwei Ingresses oder an zwei verschiedenen Stellen eine Rolle definierst, die dasselbe match, selbe host, selber fahrt, dass dann glaube ich einfach der erste der zuerst definiert wurde genommen also der funktioniert dann nicht. The graceful approach. Ah. 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 Also du könntest das ja als Filter design zum Beispiel das ginge. Aber das ist halt auch so eine Sache, du kannst das Ganze als Gateway Controller ja so anbieten, also du kannst selber Filter designen, die jetzt nicht in der Standard Spezifikationen drin sind. Das ist dahingehend schon sehr offen. Ich habe zum Beispiel einige Filter gesehen, die es so nicht woanders gab. müssen die dann halt vom Gateway Controller unterstützt werden. Ja, genau. Aber es gibt schon Core Set an Filter. Also es gibt halt auch viele, die sagen, so ist doch gar kein Problem. Ich denke letzten Endes ist das eine Geschmackssache. Weil ich finde das zum Beispiel auch, wenn man schnell irgendwie Basic Unification drin haben will, dann ist das super easy. Also dann hat man schnell was. Das ist mit den CAD da muss man gucken, wie funktioniert das bei den anderen. Ist halt aber auch nur für Nginx möglich. Weil die sich so entschieden haben. Das Error Formverhalten ist auch nicht besser. Wenn du irgendwelche Annotation dran trafst, die packen der Controller liest sie oder liest sie halt nicht. Genau. Genau. Ich glaube wir sind pünktlich, oder? Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, muss man jetzt eigentlich noch Service Mesh einsetzen und ansetzen? Ja, also ob du es einsetzen musst, nein, aber du kannst ein Service Mesh, wenn du ein Service Mesh mit Gateway API verwenden willst, musst du auf jeden Fall entweder einen Gateway finden, der das auch unterstützt, oder du installierst es halt separat. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, Cilium ist zum Beispiel so eine neue Generation an Kubernetes Framework, die komplett andere Ansätze hat, also das ist nochmal was ganz anderes, die setzen zum Beispiel auf eBPF statt IP Tablets, also da kauft man sich viel mehr ein, als man vielleicht will, aber die bieten zum Beispiel sehr, sehr viel an, also ein Gateway Controller und Service Mesh und keine Ahnung was noch alles. Also es ist definitiv möglich auch mehr und das wird, hatten wir auch drüber gesprochen, wird bei Google schon angeboten als Data Plane. Genau. Alles klar, wenn ihr sonst keine Fragen habt. Applaus